Ich grüße euch beim Kochen mit Wopfi. Heute lerne ich mal, was ein Strainer ist. Das geht blöd so. Jetzt probiere ich einen Ringbogen-Kochtel machen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Schauen wir mal, was? Ich finde ihn nicht so schief, oder? Was soll die Schienen sein, die Kurs? Ich bin nicht so schief, oder? Ich bin nicht so schief, oder? Ich bin nicht so schief, oder?